Frau Strack-Zimmermann, herzlich willkommen in Ingolstadt. Es freut mich sehr, dass Sie uns heute Abend hier in Ingolstadt besuchen. Was sind denn für Sie die wichtigsten Themen zur Bundestagswahl? Also erstmal vielen Dank. Ich bin sehr gerne gekommen, dass ich auch hier in Bayern aufschlagen darf. Das Wichtigste ist, wir stehen sechs Wochen vor der Bundestagswahl. Das ist nicht mehr wirklich viel, wenn man die letzten Jahre zurückblickt. Unsere Partei zu mobilisieren, gemeinsam auf die Straßen, auf die Märkte zu gehen und den Menschen klarzumachen, ein Bundestag ohne Liberale ist, wie wir in den letzten vier Jahren sehen dürften, nicht das, was Deutschland braucht. Wir wollen einsteigen mit Bildungsthemen. Wir wollen einsteigen, wie wird die digitale Welt aussehen in den nächsten Jahren und dass auch die Politik sich entsprechend anpassen muss, um diese Fragen zu beantworten. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, wie können wir in Zukunft die Sozial- und Rentensysteme stabil halten bei immer älter werdenden Menschen und immer weniger jüngeren Menschen, die in die Systeme einzahlen. Es gibt eine Menge zu tun und wir sind bereit dazu und wir kämpfen um jede Stimme. Bei dem Thema Renten gibt es ja keine bequemen Wahrheiten. Was sagen Sie da zu den unbequemen Wahrheiten? Naja, die Wahrheit ist für viele unbequem, aber sie bleibt trotzdem wahr. Und wie gesagt, wahr ist, es zahlen zu wenig ein. Es nehmen logischerweise zu viel raus. Das heißt, wir werden das Rentensystem flexibilisieren müssen. Es muss der Mensch selber entscheiden, wie lange er arbeitet, wann er aufhört. Wenn er früher aufhört, hat er eine geringere Rente. Wir müssen zulassen, dass Menschen hinzuverdienen dürfen, ohne Kürzungen hinzunehmen. Das ist ein Bausteinsystem. Aber wir wollen eben, dass es besonders flexibel gestaltet wird, weil jeder Mensch einen unterschiedlichen Lebensentwurf hat. Und das muss sich auch in der Rente letztlich auszahlen. Wie kann uns denn Bildung da helfen für lebenslanges Lernen? Naja, Bildung hilft insofern, als dass wir natürlich Bildung für junge Menschen, heißt aber auch, dass man sich lebenslang weiterbilden muss, möglicherweise auch über das Rentenalter hinaus sich weiterbildet, nochmal etwas erlernt. Das kommt eben immer darauf an, was. Das heißt, das Thema Bildung wird eine zentrale Rolle spielen in Deutschland. Mir kommt das immer so vor, wir sind ein dicker, fetter Kater. Wir fühlen uns alle wohl und wissen gar nicht, was in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Und um konkurrenzfähig zu sein, auch mit dem europäischen Ausland, auch mit den Ländern, die weiter weg sind, ich denke auch an China, die Arbeitsmärkte, müssen wir junge Menschen sehr, sehr früh auf diesen Weg begleiten. Und da ist Bildung die Nummer eins. Da ist natürlich auch Digitalisierung das große Stichwort, also die Transformation weg vom Produktionsprozess, wo die Wertschöpfung bisher standfand, hin zum Digitalisierungsprozess. Welche Rolle spielt das da? Wir sind ja schon in der Digitalisierung. Manche glauben, das kommt erst wie so ein Geist, der um die Ecke kommt. Wir sind mittendrin. Das wissen viele junge Leute, aber die Arbeitsprozesse müssen angepasst werden. Aber wir müssen Menschen eben auch sensibilisieren, was das letztlich bedeutet. Es werden neue Berufe entstehen, es werden auch Berufe wegfallen. Das heißt, die Welt wird in kürzester Zeit sich verändern. Und da muss man keine Angst vor haben, da muss man mutig sich damit auseinandersetzen. Und das kann man machen, wenn man eben auch den jungen Leuten zuhört und schaut, was sich alles auch in den Betrieben übrigens tut. Und wir als Freie Demokraten möchten diesen Prozess mutig begleiten, als Mutbürger und nicht immer Angst haben, dass irgendwas anders werden wird. Denn dass es anders wird, das ist mir ganz sicher. Wunderbar. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Und ich wünsche uns allen von der FDP einen guten Wahlkampf. Und ich hoffe, wir kommen dem Ziel, in den Bundestag einzuziehen, nicht nur näher, sondern wir schaffen das mit voller Kraft. Ich hoffe, wir denken hier neu. Ganz herzlichen Dank. Ich danke Ihnen und ich kann auch Ihren Kolleginnen und Kollegen nur danken, dass Sie jetzt an der Front auf der Straße sind und um jede Stimme kämpfen. Wir brauchen jede Stimme. Es ist existenziell, aber auch ich bin guten Mutes, wie das ganze Präsidium und der Bundesvorstand, dass wir das am 24. September um 18 Uhr was zu feiern haben. Bis zum nächsten Mal.